Und da ballert es rein, so soll das doch sein und ich hoffe es ist die Barbe, denn die Barbe suche ich heute und wir sind für die Barbe extra hier zum Bärensee gefahren, um, da fängt es tatsächlich an, diese kleinen Lümmels hier zu fangen. Ich hatte gestern schon eine Trophy gefangen und heute versuchen wir es nochmal auf schöne Barben. Also rein in den Kescher, erster Fisch, erstes Gebimmel hier an der Posi, ich werfe raus mit dem Gedöns und wir testen weiter. Weiter, gestern Abend hier noch schön gestanden, es gibt ja zur Zeit in den Rekorden sehr, sehr eindeutige Ergebnisse zu den Barben und ja, da muss man es doch nochmal ein wenig probieren. Sein Glück, ja, einfach mal testen, ob man hier nicht die Barbe getriggert bekommt. Am Bärensee bin ich jetzt hier gerade mit verschiedensten Montagearten und ich teste auch noch ein bisschen weiter. Was halt interessant ist, es läuft gerade alles auf Kaviar, ganz klassisch und ganz bekannt ja, der Kaviar-Köder mit den Boilies und dem Pop-Up, immer wieder auch vom Berni, vom Bernsteinsee. Okay, da hatte ich tatsächlich gestern noch eine Barbe auf Lachs gefangen und beim Suchen nach weiteren Barbenspots ist mir dann eben aufgefallen, Alter, die ganze Woche lübt ja anscheinend hier am Bärensee die Barbe und dann haben wir das gestern noch getestet, auch mit dem Devilus zusammen, der stand hier auch noch rum. Und dann haben wir rumprobiert auf die olle Barbe und es war gar nicht so schlecht. Ja, und jetzt gerade habe ich mir gedacht, komm, ich baue nochmal ein bisschen um und wir gucken auch mal direkt rein hier ins erste Setup. Natürlich die Karpfenrouten, übertrieben zu großes Set, also viel zu schwer zusammengebaut. Das teste ich aber auch als erstes. Ich teste erstmal hier mit diesem 31-Kilo-Setup sozusagen. Wenn ihr hier mit einem feineren Setup unterwegs seid, ist das genau richtig. Deutlich besser wäre, ich sag mal so ein Setup bis vielleicht 15 Kilo, 17 Kilo vielleicht so als Grenze, sollte eigentlich absolut reichen. Da hat man einmal die Chance auch gegen starke Amure zu kämpfen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einer HSV unterwegs seid, ist das ganz gut zusammengebaut, so das Set. Dann mit, ja, sagen wir mal so, zwischen 12 und 15 Kilo passt das ganz gut. Einserhaken und Einserhaken, auch das teste ich gerade. Ich habe die ganze Zeit mit Einserhaken sonst geangelt. Jetzt haue ich hier mal einen Einserhaken drauf und dann mit verschiedenen Variationen vom Kaviar. Und da variiere ich gerade einmal jetzt hier Pellets in relativ klein. Pellets und Boilies, das war jetzt auch gerade schon die erste Kombination, die Ergebnisse geliefert hat. Auf der anderen Route, was auch gerade ganz gut funktioniert. Ihr seht, ich habe hier den Einserhaken dran. Dann auch ganz klassisch eben mit Pop-Up Boilies. Pop-Up 16 und Kaviarot als Mais einfach oben mit dran. Und dann natürlich auch ganz klar Kaviar Dip muss natürlich auch mit dran. Auch hier noch das ganz dicke Setup, ziemlich übertrieben. Aber es waren gestern auch einige Amure hier dran. Und wir wollen natürlich hier keinen ewig langen Drill, sondern wir wollen hier schön einen nach dem anderen rausziehen. Auf dem dritten Set, schauen wir da auch nochmal eben rein, da ist es hier das Snowman Rig. Snowman Rig auch richtig gut, denn hier können wir kombinieren Pop-Up Boilies mit sinkenden Boilies oder mit Pellets. Auch richtig gut. Ich habe hier jetzt einmal sinkende Pellets. Kaviar 14 und eben Pop-Up 16 mit dem Dip natürlich wieder. Und das hier, wie gesagt, auf dem Einserhaken auch eine schöne Kombi. Und was brauchen wir natürlich noch? Natürlich brauchen wir eine Futter-Mische. Futter-Mische fürs Barbenangeln doch schon ziemlich wichtig, kann man nicht anders sagen. Und da orientieren wir uns einfach an der Original-Futter-Mische. Und zwar gucken wir hier nach Barbe, da ist es. Und bauen quasi diese Barben-Futter-Mische selber eigentlich quasi nochmal nach. Wir haben dann, wenn wir es nachbauen, nochmal zwei Komponenten extra. Und was kann man da reinmachen? Zum Beispiel extra Käse mit reinmachen. Vielleicht da den Käse vom Koori mit der roten Rinde, den schönen fetten Gouda, den Koori-Käse. Oder eben Käse, diesen Schmelz-Käse-Snack. Auch das könnte man natürlich mit reinmachen. Und als weitere Komponente mindestens mal eine Komponente, die wir eben auch als Köder dran haben. Absolut wichtig. Wir wollen ja die Futter-Mische, die grundsätzlich schon mal für Barbe gut ist, ein bisschen ummünzen auf unsere Köder. Das heißt, wir hauen auf jeden Fall nochmal eine Komponente Kaviar mit rein. Und Kaviar wäre dann natürlich eine Möglichkeit, einfach da die Pellets zu nehmen. Vielleicht zwölfer Pellets. Ich glaube, das heißt, schwarzer Kaviar müsste es, glaube ich, heißen, diese Pellets. Oder wir nehmen dann einfach einen Kaviar-Boily oder Pellet an sich, schreddern die und hauen dann da die Brösel mit rein. Auch eine Möglichkeit. Ansonsten bleibt das alles so, wie es ist. Die Basis mit den Sonnenblumenkernen, den Lehm da mit rein, dass es schön auf dem Grund liegen bleibt. Und auch eine relativ große Haltdauer hat. Der Lehm verlängert ja die Laufzeit sozusagen von der Wirkung. Und ja, mit dem Koriander als Dip ganz klassische Barbenmische. Guck mal da, da ballert es auch schon wieder rein. Und ich hoffe natürlich hier auf dicke, fette Barben. Lederkarpfen sind auch mit reingegangen. Lederkarpfen hatten wir mit dran. Amura hatten wir dran. Und wir hatten natürlich... Schleien hatten wir noch nicht dran bisher. Schleie war noch nicht, aber auch nicht schlecht. Schleien nehmen wir natürlich auch gerne mit. Und wir hatten auch Karauschen mit dran. Das tatsächlich dann eher auch so in der Nacht. Und grundsätzlich so von der Fangzeit war es deutlich besser und ergiebiger. Jetzt zumindest beim letzten Angeln gestern Abend noch einmal in den Morgenstunden und dann eher in den Abendstunden. Also es waren eher so zwei Zeiten, wo es ein bisschen besser ging. Und dann in der Zwischenzeit, also zum einen halt die Mittagszeit über und dann eben einmal in der Nachtzeit. Da war dann tatsächlich eher ein bisschen Flaute. Da sind dann andere Fische reingegangen und die Barben dann, wie gesagt, eher in den Morgenstunden, vielleicht so 4, 5 Uhr, dass es dann losging bis 10 oder kurz vor 11. So in dieser Zeit. Und dann eben, wie gesagt, jetzt so langsam. Wir haben jetzt gleich hier kurz in Richtung 18 Uhr. Das heißt, ich rechne damit, dass es gleich wieder losgeht. Ich hatte gerade eine Futtermische getestet. Ich bin jetzt gerade nicht mit PVA hier, sondern ich verwende gerade die Futterrakete. Hier ist das Gerät. Also die Route quasi mit Futterrakete. Wir gucken da auch natürlich mal eben rein. Ich habe hier die geschlossene Rakete, die sich quasi erst auf dem Grund öffnet. Die sinken runter. Die haben ja hier, gehen wir mal rein, unten den Nöbbi. Und das öffnet sich quasi erst auf dem Grund. Auch das ist, glaube ich, immer noch verkehrt beschrieben. Im Forum gibt es dann nähere Informationen zu diesen Varianten, die sich dann eigentlich erst auf dem Grund richtig öffnen. Also das sind die, die sich quasi direkt on spot unten auf dem Grund bei den Ködern öffnen. Und dann gibt es ja noch die Futterraketen, die so offen sind. Und diese offenen, die sind doch vielleicht dann tendenziell eher fürs Posenangeln interessant. Denn die entleeren sich beim Auftreffen auf der Oberfläche. Man hat quasi im gesamten Bereich schon so ein Nebel quasi im Wasser, wo sich das Futter verteilt. Und dann kannst du natürlich da auch, sagen wir mal, auf 1,20 Meter Tiefe oder weiß der Geier, war 1,80 Meter. Da haben wir vielleicht auf Babel oder sowas testen. Ich würde auch eher weiter unten auf dem Grund testen. Ganz so weit oben sind die dann doch ja nicht unterwegs. Also das ist hier mein Set zum Rauswerfen mit der Futterrakete. Futter Mische habe ich auch ein bisschen variiert. Ich hatte kein Käse mehr, deswegen musste ich zurückgreifen auf schwarzen Kaviar Feed Pellet 12. Und ich habe Kaviar Pellets 14 genommen. Das sind tatsächlich die dicken, ungeschredderten Kaviar Pellets. Großes Risiko, wenn man große Pellets verwendet. Das Risiko ist einfach, dass man dann natürlich schnell einen Spot überfüttert. Zack, ihr seht, ich habe natürlich auch noch einen Clip verwendet. Und der Clip ist auf 25 Meter. 25 Meter bei den Routen. Ich ballere nochmal eine zweite Mische rein. 25 Meter hier auf der Futterrakete. Zack, es geht genau rein in den Clip. Absinken lassen. Genau. Und dann holen wir das Ding aber auch einfach wieder rein. Zweimal Futterrakete. Also ordentlich viel Mische. Es sind jetzt quasi 20 Boilies hier drin. 20 Futter Mischen. Jeweils 10 mit einem Auswurf. Jetzt reicht es aber auch völlig. Und das könnte jetzt schon hart überfüttert sein. Ich hoffe, das wirkt jetzt noch für die Abendstunden. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, gerade kurz oder halb sieben schon mittlerweile. Und ja, ich hoffe, dass da jetzt gleich ein bisschen was reingeht. Es hat gestern Abend deutlich länger gedauert. Es hat fast eine Stunde gebraucht, bis der Spot richtig anlief. Und dann kamen aber auch regelmäßig die Baben hier rein. Viele so im Bereich von zweieinhalb bis drei Kilo. Und die ganz großen, dicken Fetten. Ja, die haben sich hier an dem Spot leider noch nicht blicken lassen. Aber wenn wir hier in die Rekorde reinschauen, in die wöchentlichen, dann sehen wir ja, dass die Barbe hier gerade ganz aktiv ist. Und deswegen versuchen wir es hier. Guck mal hier, bis zu 15 Kilo bald. Ist ja der absolute Hammer. Immer Kaviar 20 und hier die meisten sind allerdings auf Kaviar 16, Kaviar Rot. Das heißt, immer der Mais mit Kaviar Rot. Und hier auch wieder Kaviar 20, Kaviar 16. Also die Kombination ist wohl die populärste in den letzten Tagen. Das heißt, die muss ich in jedem Fall auch noch testen. So, ganz kurzer Einblick dazu. Ich werde hier noch ein bisschen rumprobieren. Wenn noch was reinballert, zeige ich das natürlich im Anschluss. Und dann gucken wir natürlich auch gleich nochmal in den Kescher. Ich wechsle einmal ein Set. Wir haben es jetzt, ja, 23 Uhr schon. Ich wechsle einfach mal ein Set. Und zwar gehen wir mit einem Set einfach mal ein bisschen kleiner ran. Was hatte ich jetzt hier in letzter Zeit? In der gesamten Abendzeit sah es gut aus. Es sind Spiegelkarpfen reingeballert. Es sind Amur reingeballert jetzt. Bis hin zum schwarzen Amur. Es war wirklich gut. Ich bin komplett zufrieden damit hier. Die letzten acht Minuten ballerte das ganz gut rein. Und es tuppelt ja auch noch weiter. Aber ich verwende jetzt mal eine Fiederrote. Also deutlich feiner nochmal wieder ran. Und hier, ihr seht, das HSV-Set sozusagen. Und ich gehe hier, ja, Einserhaken passt auch. Aber ich nehme hier mal den Käse mit rein. Werfe das Ganze natürlich dann auch mit zu der Barbenfuttermischel da hinten aus. Ich hoffe, ich komme da hin. Ja, passt sogar ziemlich gut. Ich habe ja immer so ein bisschen Bedenken, dass ich dann da nicht wirklich treffe. Weil ich ja die Fiederrote nicht geskillt habe. Aber es sah ganz gut aus. Ich müsste in dem Futterbereich sein. Und jetzt lassen wir den Käse einfach mal mitwirken. Heißt also auch für dich, wenn du noch nicht ganz so weit bist und diese verschiedenen Montagearten vielleicht noch nicht kannst, einfach mal mit dem Käse hinstellen. Barbe mag Käse. Na, ist es denn wahr? Und das um kurz vor sechs. Zack. Die nächste schöne Barbe, Algen. Perfekt, so soll es sein. Erste Barbe mit 2,7 Kilo. Schönes Ding. Und das Ganze sogar auf dem Käse. Perfekt. In der Nacht hat der Käse noch eine Brasse geliefert und noch ein Döbel geliefert. Auch nicht verkehrt. Es ist in Gänze bisher auch kohlemäßig nicht so verkehrt. Heißt aber im Großen und Ganzen, ich nehme jetzt noch die Morgenstunden mit und dann geht es ab zum Shop. Und wir gucken mal, jetzt bin wir schon wieder, und wir gucken mal, was der Kescher denn in Gänze bringt. Also fassen wir diesen Spot nochmal schnell zusammen. Wir haben hier auf 44,50, 44,51 ungefähr ein 21 Meter Clip bis vielleicht 25 Meter Clip. Wenn du die Futtermische noch per Hand auswirfst, klipst du komplett auf 21 Meter, wirfst da oben hin hinter die Seerosen und klipst, wie gesagt, deine Ruten mit den Ködern, zum Beispiel mit dem Käseköder, auch einfach da vorne hin. Idealerweise kombinierst du die normale Barben, Standard-Barbenmische, dann nochmal mit Käse. Wenn du hier schon mit Futterrakete oder mit PVA stehst, kannst du auch ein bisschen weiter werfen, vielleicht bis zu 25 Meter, machst dann da einen PVA mit dran und mit der Futtermische natürlich in Richtung Kaviar vielleicht eher und gehst dann da in verschiedene Variationen rein. Ich hatte tatsächlich auch ganz gute Ergebnisse auf der klassischen Haarmontage. Die erste Haarmontage, die man eben mit Boilies bekommt und ganz okay waren die Ergebnisse bisher auf der populärsten Montage. Vielleicht muss ich hier einfach mal alle drei Ruten nochmal so umrüsten. Vielleicht habe ich dann da auch eine etwas höhere Frequenz. Bisher war hier tatsächlich nicht ganz so viel drauf. So, und dann schauen wir mal eben rein hier im Fischmarkt. So sieht es aus. Einige Amure sind natürlich mit dabei. Das ist natürlich das, was am meisten zieht an den Ruten. Von daher nicht so weit runter gehen. Ich habe jetzt mittlerweile zwei Ruten ausgelegt mit einem 17er Vorfach. Also auch da bin ich gerade ein bisschen feiner unterwegs. Döbel gehen natürlich dann auf Käse rein in der Nacht oder vielleicht auch mal die Brassen. Ansonsten von der Anzahl der Barbe bin ich schon ganz zufrieden. gerade bis hier bis jetzt auf drei Kilo. Die größte 180 Silber bis hierhin auch in Gänze ganz okay für, sagen wir mal 45 Minuten Angeln. Also in Gänze, Kratching, kann man machen der Sport. Petri Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, gerne die Glocke reinballern hier für diesen Kanal, damit du auch die nächsten Tutorial und Informationsvideos nicht verpasst zu den neuesten Gewässern und Spots. Petri, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.